Willste mitspielen, Jan? Ich hab's ja nicht. Ja, ich schenk's dir, wenn du willst. Ja, okay. Kann man machen, kein Problem. 7 Euro, was das Ding kostet. Kann ich von der Steuer absetzen, deswegen ist es gut. Ich guck mal, was das kostet jetzt zur Zeit. Die haben jetzt bei Steam irgendwie eine neue Funktion, ne? So ne... Shops 990! Echt, ja? Ja, so ne... Was? Die haben jetzt ne neue, ne neue Ding, so ne Notizfunktion. Ja, hab schon ne paar, hab sie nie genutzt. Brauchte ich nie. Erzähl mal, ich weiß es noch nicht. Ne Notizfunktion.